главное random video in meiner wackel sehr g quelle kind, das ist mein handy. und ich tue auf kamera professionell, ich bin übel gut gelaunt ich bin heute schon übertrieben früh aufgestanden, bin sofort los gefahren natürlich тест darauf, der ist einfach sinnlos rum gefahren. so ein umweltsünder, so grün, dann ficken die mich immer an den Arsch服 ii es ja nicht so das meine videos h DummTON diese doch mal aufrufen gerade machen scheiß drauf hier was wunderbares zu essen geholt da riecht es nach kuhscheiße ich habe keinen hunger mehr also werde ich jetzt ein anderes video sprachen lernen darunter befindet sich etwas also was wirklich ihr habt wahrscheinlich schon an titel gelesen weil ich für ein clickbait betreibe in meinem wunderbaren auto hier mitten im feld stehe und 4g empfang habe obwohl ich dasselbe zu hause nicht habe obwohl ich auf hier zentraler bin als hier mitten auf dem verfickten feld warum ist hier 4g plus oh seht her ich bin eine kuh ich bin eine kuh der neuzeit und deswegen habe ich auch ein smartphone und brauche unbedingt schnelles internet damit ich weiden fotos hochladen kann auf instagram ganz schnell fuck you ich bin einer der hat euch der hat euch durchschaut das hat auch ohne aluhut funktioniert ich durchschaue hier das ganze system frische dinger sechs euro schon, du bist den ganzen tag hier stillt, wenn man denn fast einfach schon genug und man kann doch nicht allesetted schaden oder nicht ganz weil das lauum Vielleicht nicht every day, every night essen, aber so every day, every night kann man sich das gönnen und du bist den ganzen Tag gestillt. Jetzt auch Fenster runter, gut. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich bin viel auf dem Land unterwegs. Ich weiß, wie Kuhscheiße riecht. Dies und viele weitere Informationen in einem anderen Video, in einem separaten Video. Alles klar, haut rein, Leute. Ich liebe euch ganz doll. Bis zum nächsten Video. Euer Tanz zu dem Verbot. Bis zum nächsten Mal.